Ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen beim Ascari Adventskalender und im gestrigen 15. Türchen, da war ja dieser Schnurrknipser, also der Mirko hat mir einen Kommentar dargelassen, vielen Dank dafür, ist es richtig, ja, damit schneidet man Schnüre und da knipset man Schnüre ab, aber mir wäre trotzdem ein Hackenschleifer lieber gewesen, aber auf alle Fälle ein Schnurrknipser, genau. Ja, dann schauen wir doch mal, was wir heute im Türchen Nr. 16 drin haben, wo ist denn, da ganz unten, schauen wir doch mal, was sich dahinter verbirgt. Und es ist eine Schere. Ja, die war letztes Jahr auch drin, die hatte aber, ich glaube, die war in Orange oder, nein, Rot war die. Die ist jetzt mir so, ja, orange, gelblich. Schauen wir mal, ob wir die aufbekommen. Nein, da schneiden wir doch mal die Schere. So, okay. Na, dann öffnen wir mal das gute Stück. Die ist jetzt ziemlich fest. Die schneidet ein bisschen locker, dann hat sich das immer mitgedreht. Konnte man nicht richtig schneiden, also die waren ziemlich, und die ist jetzt ziemlich fest. Die schneidet mit Sicherheit nicht schlecht, oder? Ja, ganz in Ordnung, würde ich sagen. Kann man schon was damit schneiden. Ja, zack, jawohl, einmal frei. Die Schere am 16. Cool. Ja, gut. Dann hören wir uns wieder morgen zum 17. Und ich wünsche euch noch was. Bis dann.